mastermind ist das klassische konferenztisch system unseres partners sedos wir haben einen sehr schönen runden fuß der wirklich sehr markant in aluminium poliert oder auch in holz gefertigt werden kann mastermind setzen wir aber auch sehr viel in der fold variante ein eine der wenigen tische am markt die sie mit wenig kraftaufwand und gänzlich gar keinem technischen know-how wunderbar zusammenschieben können und ihn wie eine zusammengeklappte tischplatte an einer stelle im büro platzsparend unterbringen können ist dann wieder besprechungsbedarf oder wird der raum wieder so genutzt wie er klassischerweise eingerichtet war nimmt man das ganze auf rollen wieder an ort und stelle zieht die geschichte auseinander und hat wirklich einen sehr repräsentativen und trotzdem unglaublich flexiblen und mobilen tisch so